Zumindest meine Wunschvorstellung ist es, mit einer Badehose bekleidet, ins Meer zu gehen und da einfach mal zu meditieren. Den vollsten Körperkontakt mit der Erde, um sich einmal richtig zu erden. Positive Energie tanken und negative Erinnerungen loszulassen und den Meer versenken. Was das für ein Gefühl sein muss, vom Wasser umgegeben zu sein, um während der Meditation seine Gefühle über Bord zu werfen. Krasses Gefühl stelle ich mir vor. Vielleicht ist es auch angenehm oder es ist auch unangenehm. Die Frage stelle ich mir. Wenn ich mich schon nach einer normalen Meditation auf festem Grund, auf einer Wiese oder auf einem Sandstrand wohlfühle und mich mit allen so super verbunden fühlen kann, dass mein tiefstes Empfinden, wenn ich das in einer Farbe ausdrücken soll, in einem Orange mit etwas Gelbstich, dann fühlt man sich doch als einfacher Mensch total geborgen oder auch ein bisschen zu Hause. Um loszulassen von Stress wie Arbeit, wo man sich nur abstrampelt und dabei in der Luft hängt, weder voran noch zurückkommt, gibt es viele Momente in jedem, wo man einfach mal einen Neustart braucht, um einfach ein neues Gefühl für sich selbst zu bekommen oder auch neue Energie zu tanken. Das mag für allen eine Wunschvorstellung bleiben, wie für mich. Das mag für allen eine Wunschvorstellung bleiben, wie für mich.